Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Evo in Thüringen. Wir hatten ein paar kleine Probleme gehabt. Ich hoffe, dass die letzten drei Folgen es nicht zu sehen, nicht zu spüren. Bitte dafür mal Entschuldigung, wenn es da zurückgegangen gekommen ist. Ich hoffe, ich habe es behoben. Jedenfalls wollen wir jetzt das Schneidwerk holen. Und zwar das gute schwarze Schneidwerk, damit wir nachher das Feld mit zwei Maschinen bearbeiten können. Und ich kann mir nicht erklären, wieso das so extrem schlecht war. Warum OB erst so viel Leistung gezogen hat. So nachher bei mir, das Zordach ist zugeben, das Zordach mit einem Nachdenken, dass ich mit drei Maschinen versuche und unterstütze, dass ich mit drei Maschinen probier, dass ich mit drei Maschinen besuche, das Begrüßung auf jede Maschinen, das Zordach mit drei Maschinen, dass es die Schöne mit drei Maschinen, die kregen können. Also heißt es, ich habe, dass es sie wirklich auch ein wenig begibt, es ist mir diesem Schöne. So теперь es zu einem Wien haben, wo wir beide maschinen. Ich wusste es, dass wir die Maschinen ab werde. Und ich habe, dass wir gleich, wenn ich die Maschinen durch. Ich hab mein Wien ist hier auch. Das war's für heute. So, jetzt fahren wir mal schnell zum Hof. Hoffen wir, dass kein Auto kommt, links. Gut, es hat uns keine gerempelt und die Fahrzeuge halten aber nicht an. Selbst wenn ich Vorwort hätte, wäre das egal. Die fahren hier steigend ab. Da kennen die nichts. Das war's für heute. Ich glaube, der Ton passt. Ich glaube, ich bin zu laut. Ich gebe ein bisschen mal zurück den Ton. Ja, besser. Ja, die Grafikkarte ist bei 80%, 90%, alles gut. Oberstmüll ist keine Störung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Mit der Webcam, da habe ich auch Probleme. Ich stelle auf Dichter ein und denke, am Start geht's wieder weit weg. Keine Ahnung. Irgendwann finden wir dann Lösungen zu. Oh, mal die Tiere verscheu ich, ne? Der fährt auch langsam der Bursche. Ah, mal schauen, ob er ist interessant. Er hat's spät. Ne, da hat's nicht. Wird ne interessanten hier beim... ...auf einstellen hier von... ...Cosplay. Okay. 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 Wir müssen noch die Umgruppe-Kämpfung wieder aufnehmen. Jetzt machen wir gleich. Mal hier mal an. Oh, oiieiiei. Das ist nur ein Kurskaladeüberführung, das wir gespeichert haben. Löschen. Ernte, ernte. Ich habe Unkopp bekämpft genommen, unter Unkopp bekämpfung, Feld 12, steht ja gut. Und Überführung brauchen wir für Feld 12 Anhängung. Fahrer einstellen, C. Na gut, hat er wohl einen Teil nicht gemacht, aber schauen wir mal, ist nicht so tragisch. Leistung ist doch optimal, dann fällt das eh ein bisschen weniger. Ist bei mir normal, weil die Früchte doch leistungszehrend sind. Mein Dings haut nicht ganz hin. High-Tracking. Aber das macht nichts, gehen wir so raus. So, gehen wir weiter. Weiter in das Geschäft. Ich habe ähnliche Kabel ausgesteckt oder eingesteckt. Mal schauen. Hier oben ist noch 90%, das ist nicht gut. Zeigt aber nur hier an, 2% für OBS. 3. Knapp 3. 3-3. Aber speichert sich der Redewert und da haben wir ja alles. So, ich beginne mit dem roten. So, gehen wir ganz schnell rüber. Laufen, 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 laufen. C. So, hinten abhängen. Motor starten. Rohr ausfahren. Öffnen. Jetzt versuche ich mal Cosplay einzustellen auf 2 Mähdrescher. Habe es noch nicht gemacht. Darum muss ich mal schauen, wo ich hinkriege. Und ich brauche einen Abfahrer. Das heißt. Feldmodus. Kurs kopieren. Ne. Generieren wir mal Kurs auf 460. Fragewende. Nehmen wir 3. Bike ist okay. Gehen wir runter auf 3 cm. 2 Fahrzeuge und 11 Kurs. Am Startpunkt hätten aktiviert. Schauen wir mal. Ich bin immer gespannt, wie das klappt. Wenn da etwas. Unerfahren. Mit der 2. Der nimmt die 2. Bahn. den stoppen wir mal gehen wir mal auf zweiten hinten abkoppeln und rohr ausfahren und öffnen jetzt gehen wir auf neidberg anbringen jetzt ist es interessant kopieren ist er richtig oder falsch kurs ideal mein Tee eine Frage ich habe es noch nie gemacht ich habe es noch nie gemacht ja gute Frage das ist sehr sehr rechts links lassen hier wird maximale entfernung von acht meter das ist nicht so einfach plan automatisch ist nicht ein Problem rechts 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 links gerät aktiviert letzte Bahn hat das hat das jetzt aktiviert hundert meter hundert meter dann lassen wir einen Vorsprung jetzt gehen wir gleich jetzt gehen wir gleich rüber und starten den zweiten möge das klappen hoffentlich mal jetzt haben wir ein Problem hier 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 Die haben aber kein Stroh, aber schwarz, das ändern wir gleich und zwar mit Komma. So, jetzt gibt es Stroh, denn das wollen wir auch verkaufen. Äh, du anfangen zu arbeiten und nicht hinterher fahren. Na, 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 na. Zu schnell fahren, ne? So, jetzt holen wir einen Abfahrer holen. Ja, hoffen mal, ob der das hinkriegt. Glaub ich ja nicht. Der arbeitet. Und unser... Lumpy für den Abfahrern, ne? Ein bisschen Gas gehen. Eigentlich hat der ja eigentlich ein Programm schon drinne. Dann fahren wir auch mal selber hin. Kurz überwachen, ob alles klappt. Da ist Planer auf. Das vorne Gewicht. Ja, gucken und schalten ist schlecht. Okay, gut, der Bremse. Bremse drauf. Das einzig Blöde ist... Ah, die müsste der andere zuerst fahren. Der äußere. Das heißt... Wir würden da eingreifen. Heißt, wir werden einmal hier den Schwarzen abfahren. So, dass er vorbeifahren kann. So, dass er vorbeifahren kann. Das könnte er eigentlich vorbeifahren. Von der Menge her. So. Das hört sich ganz gut aus. So. Das soll's für die heutige Folge sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind mehr Action. Würde mich freuen, nochmal wiedersehen. Würde mich auch gerne über ein Like. Oder ein Abo. Es stehen keine Kosten für euch. Aber ich würde mich freuen. Ich sage schonmal Danke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.